Der Deutsche Presserat wurde am 20. November 1956 als Reaktion auf ein geplantes Bundespressegesetz gegründet. Er ist eine Organisation der vier großen deutschen Verleger- und Journalistenverbände. Diese Verbände sind Mitglieder im Trägerverein des Presserates und entsenden jeweils Vertreter zu den Vollversammlungen. Alle zwei Jahre entsenden die Trägerorganisationen je sieben ehrenamtliche Mitglieder in das 28-köpfige Plenum. Das Plenum besteht aus jeweils 14 Mitgliedern der Journalistengewerkschaft und der Verlegerverbände. Diese treffen sich zweimal jährlich zu einer Sitzung. Innerhalb dieser Sitzung wählt das Plenum aus seiner Mitte die mit acht Mitgliedern besetzten Kammern des Beschwerdeausschusses, die viermal jährlich tagen. Die Aufgabe des Beschwerdeausschusses besteht darin, eingehende Beschwerden zu prüfen und anschließend in begründeten Fällen eine Maßnahme auszusprechen. Wenn die Beschwerde als begründet gilt, erhalten die Beteiligten eine Mitteilung. Wurde entschieden, dass es sich um eine öffentliche Rüge handelt, sind die entsprechenden Verleger dazu angehalten, diese Rüge abzudrucken. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich der Deutsche Presserat die Beseitigung von Missständen im Pressewesen und den unbehinderten Zugang zu Nachrichten auf die Fahne geschrieben hat.